Ihr seid noch nicht Rathaus 14 und wollt so schnell wie möglichst maxed werden? Heute zeige ich euch, wie ihr das am schnellsten hinbekommt. Um maxed zu werden, benötigt man eine Menge Loot. Und um diesen möglichst schnell zu bekommen, braucht man eine gut ausgebaute Armee. Versucht euch eine Armee, mit der ihr euch zurechtfindet, und verbessert dann im Labor die Truppen und verbessert währenddessen alle eure Helden gleichmäßig. Sprich, nicht eure Queen bevorzugt, also geht beim Angreifen wirklich nur auf dunkles Elixier und verbessert damit eure Helden. Sobald ihr an dem Punkt angelangt seid, dass eure Helden für eure Rathausstufe maxed sind, verbessert einfach das Rathaus. Und auf Rathaus 13 geht ihr dann in die Legendenliga, also auch 5000 Vokale, und spielt da mit Elektro-Drachen. Und der Vorteil daran ist, dass ihr locker eure Helden währenddessen verbessern könnt und trotzdem noch sehr viel Loot bekommt. Und sobald eure Helden maxed sind, könnt ihr euch um das Labor oder auch die Begleiter kümmern. Natürlich, wenn ihr das Geld habt, dann ist ein Goldpass von großem Vorteil. Und sobald ihr eure Helden maxed habt, könnt ihr euch dann auch auf die Verteidigung konzentrieren. Diese Gebäude solltet ihr immer als erstes verbessern. Und ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen.